Lass es geschehen YouTube, herzlich willkommen zu einem kleinen Skinshow von dem neuen Skin zu Lux, Stahllegion Lux. Der ist heute rausgekommen, heute ist der 2.2013 und zur neuen Saison kamen auch diese Skins raus. Es gibt auch noch einen anderen, der heißt Stahllegion Garen, den gibt es auch, die Verlinkung ist auf dem Video. Wir können uns mal angucken, wie das aussieht. Das Q sieht zum Beispiel so aus. Das W sieht so aus, liebe Freunde. Das E sieht so aus. Dann explodiert so ein Blitz und die Ulti zeige ich euch gleich im Kampf. Ich zeige euch einmal noch den Rückruf, wie der aussieht. So sieht der Rückruf aus. So, und dann zeigen wir uns mal, wollen wir uns die Aktion mal in einem richtigen Kampf ansehen, wie das da aussieht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool gemacht, der Skin. So, das ist das Grabben. Wenn jetzt das E unten am Boden ist und man drückt, dann blitzt es einmal kurz durch. Und das hier ist die Ulti. Ein etwas dünnerer Strahl, der dann immer breiter wird. Den sieht man etwas schlechter. Und so sieht das Ganze dann aus. So sieht das Ganze aus mit den Attacken. Autohits macht sie etwas anders. Kann ich euch mal zeigen. Da dreht sie den Stab immer und schießt so nach vorne. Was natürlich auch richtig cool aussieht. Das sind halt die Autohits. So sehen die halt aus. Ist ganz cool gemacht. Hoffe, euch hat dieser kleine Einblick wieder gereicht. Also ich kann da nicht viel mehr zeigen, als das, was sie halt kann. So sieht sie halt von vorne aus. Von der Seite, von hinten, von der rechten Seite. Ein cooler Skin. 945 oder so Riot Points kostet der. Genau wie der neue Garen Skin auch. Der Garen hat ja auch einen neuen. Die Star Legion halt. Und ja, das war's, meine Freunde. Ich hoffe, das hat euch wirklich gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick von dem neuen Skin bekommen. Von Star Legion Lux. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.